Hallo, ich bin Daniel Speck und das ist mein neuer Roman, Jaffa Road. Ich frage mich, ob Moritz wusste, dass die schöne Frau, in die er sich verliebte, einen Koffer mit sich trug, einen unsichtbaren Koffer voller Orangen, Dornen und Steinen, die einmal ein Haus waren. Unsere Verwandten umgeben und durchdringen uns, die Guten und die Bösen, die Lebenden und die Toten. Wir spiegeln uns in ihren Geschichten. Manche öffnen ihren Koffer, manche lassen ihn ein Leben lang verschlossen und manche tragen die Koffer derer, die sie lieben. Und in jedem Koffer ist etwas aufbewahrt, das einem anderen gehört. Ich wünsche euch eine wunderbare Lesereise mit der Jaffa Road.